Hallo Freunde, ich hab hinter mir, ihr könnt's noch nicht genau sehen, was gebaut, wo ich mich halt, äh, warte, ich zeig's euch einfach mal direkt, ich mach mich kleiner, ich habe hier ein neues Zuhause gebaut, guck mal, einfach B für Buffalo, eine kleine Pflanze, ein Bett, hier so ein kleines Portal, ein Tisch und ein Stuhl, und heute möchte ich mit Dandy Verstecken spielen, Leute, und mal gucken, ob er mich findet, Dandy, komm mal raus! Hat jemand meinen Namen gerufen? Hallo? Komm mal raus! Buffalo? Ja? Äh, wo bist du? Äh, ich bin versteckt, in meinem neuen Zuhause. In deinem neuen Zuhause, äh, ich war gerade drin, äh, hallo, hä? Hallo? Aus! Hä? Wo kam das? Er weiß nicht, wo ich bin, Leute. Äh? Wo ist er hin? Alter, ich hab in meiner Schulter ein Pfeil stecken. What? Hä? Ich kann nicht mal so, guck mal, weil ich so klein bin, komm ich nicht mal mit dem Pfeil so weit. Ich seh da einen kleinen Pfeil, warte mal, hier ist noch jemand. Äh? Äh? Was ist denn? Ja, das hab ich gebaut. Wow! Alter, what? Das sieht ja mal mega cool. Das sieht echt voll cool aus. Das B für Buffalo? Sieht cool aus, so ein Regenbogenfarm. Ja. Ja. Und ein kleines Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein kleines Portal hinterm Bett. Alter, Buffalo. Geh mal her, ich will mich auch so klein machen. Wir sehen. Ja, hier, warte, kriegst du eins. Ich hab auch was für dich hier, so zack, zack. Weil, Dandy, ich dachte mir, wir spielen heute Verstecken. Verstecken? Ja, wir machen uns klein, können uns verstecken. Okay, 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 okay. Das, äh, klingt cool. Wäre ich dabei, auf jeden Fall. Wir können ja auch so machen, dass du auch dir einen Feinbogen holst. Und dann, wenn es lange dauert, dann kannst du probieren, mich abzuschießen oder ich dich, sodass man ein bisschen einfacher hat. Okay, das klingt sehr, sehr gut. Äh, okay, dann machen wir das so. Und, da ich schon angefangen habe zu verstecken, äh, versteck du dich mal. Dann kann ich in der Zeit meine Anmoderation machen. So. Okay, ihr versteckt mich. Ich mach mich hier mal klein. Wo darf ich gehen? Unser Zuhause. Unser Grundstück. So. Okay. Okay, Leute. Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt mir das Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und vergisst nicht, unsere Roblox-Kanäle zu abonnieren, da kommen auch richtig coole Videos. Und, Dandy, wie weit bist du schon? Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, okay. Okay. So. Dandy, komm schon, versteck dich. Ey. Alle warten. Ähm, hab mich versteckt. Okay, Dandy hat sich versteckt. Ich mach mich direkt wieder groß. Wenn ich klein bin, werde ich ihn eh nicht finden. Und ich weiß ja, in welche Richtung er gegangen ist. Er ist in diese Richtung gegangen. Dann geh ich mal gucken. Du bist noch auf unserem Grundstück, oder? Ich bin im Garten. Du bist im Garten. Wenn du in die Richtung gegangen bist, dann ist er vielleicht auf dem Baum geklettert. Mal ein bisschen... Ich bin auf keinem Baum. Aber ich... Aber ich... Aber ich gehe selber mal auf den Baum, um von oben runter zu gucken. Vielleicht kann ich dich ja besser sehen. Ja. Nee. Äh, so, wenn du nicht auf dem Baum bist... Ich kann dir als Tipp noch geben, dass ich dich gerade nicht sehe, zum Beispiel. Aber ich höre... Nicht, dass... Nicht, dass du wieder den gleichen Trick machst wie letztes Mal hinter der grünen Flasche dich verstecken. Nee, machst du nicht. Ja, wollte ich gerade machen, aber nee, ich bin da auch nicht bei den Flaschen. Ha, beim Grill? Nee. Ja, ich bin auf jeden Fall in der Nähe vom Grill. Hier am Tisch. Aber mehr will ich dir jetzt gerade wirklich nicht sagen. Ich bin ja ab dem Jahr schon so viele Tipps gegeben. Ah. So, hier bei den Truhen vielleicht. Oder bist du bei dem anderen zu Hause? Hä? Nee, nee, auch nicht. Auch nicht. Hä? Komm schon, Bublo. Du schwerst uns... Okay, das ist schon nicht einfach. Wo bist du hingegangen? Beim Tisch? Ich mache mich mal klein. Also ich habe... Ah, ich habe mich auch hier... Natürlich, ich habe mich auch klein gemacht. Ne? Ähm, bei den Truhen auch nicht. Boah. Wenn du beim Grill gemacht hast, dann musst du es ja beim... Mann, es ist so nass hier, Alter. Dandy. Was? Hi. Ach, Dandy. Du natürlich bist eine Schildkröte und versteckst dich im Wasser. Ja, ich war hier drin. Ja. Okay, 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 okay. So, okay, dann zähl du mal und dann verstecke ich mich und... Echt bin ich... Ich bin unter Wasser dran getrunken, damit ich da die ganze Zeit chillen kann, Alter. Okay, aber versteck dich mal. Ich überlege gerade. Ich gehe, glaube ich, woanders hin. So, und du hast wahrscheinlich die Tür gehört. Ja, du bist auf jeden Fall im Haus. Kann man da reingehen? Wenn das funktioniert, Leute. Schade. Das wäre echt stark. Aber egal, ich bleibe hier einfach, Leute. Ich glaube nicht, dass er mich so schnell hier findet. Und du kannst suchen. Okay. Was glaubst du, wie schnell finde ich dich? Ich denke, so eine Minute brauchst du maximal. Okay. Ist kein schweres und auch kein einfaches versteckt. Also ist schon einfach. So, jetzt gucke ich mal jede Ecke von hier oben ab. Mit Optifine überall reinzoomen. Da ist er. So, dann wollen wir mal überall ein bisschen erst mal reinzoomen. Gucken. Treffen wir ihn? Danny. Das ist wie eine Kamera da oben. Hast du Angst, dass ich dich gesehen habe, oder was? Nee. Ich habe das Gefühl, dass du gerade sehr Angst hattest. Als ich irgendwo in diese Richtung geguckt habe. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich merke schon, in diese Richtung müssen wir, Leute. So schön mit F5. Nee. Wo ist er denn? Ha. Oh mein Gott. Oh, wie groß dein Pfeil. Oh, was? Pass auf, das war Schaden. Du hast mich erledigt. Ach so, ja, weil du klein bist. Natürlich, du gehst halt direkt drauf von deinem Pfeil. Ha. Geil. Jetzt bin ich zu mir. Und dann, äh, suche ich jetzt. So. Äh, suchst du meine. Ah, jetzt kann ich mich groß machen. Perfekt. Ähm. Wo zähle ich am besten? So. Außer du machst dich klein und guckst nicht. Ich gucke einfach hier an die Garagentür. So. Okay, Dali. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie macht nur ein Zehn. Ich komme. Was? Ich habe mich nicht mal klar. What? Nein, 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 nein. Alles nur Spaß. Nur Spaß, Dandy. Was sagst du? Alrighty, ich bin versteckt. Okay, du bist versteckt. Ich habe keine. Ah, die Tür ist offen. Das heißt, er könnte auch draußen sein. Aber ich glaube nicht, dass er draußen ist. Er hat sich irgendwo drinnen versteckt. Sicher. Bist du oben oder unten? Äh, unten. Bist du unten? Aber ich könnte auch draußen sein. Ich glaube nicht, dass du draußen bist. Sicher? Okay. Vielleicht bist du ja doch rausgegangen. Aber was? Ja, mein Freund. Warte, ich gucke mal. Hm. Bist du rausgegangen oder bist du nicht rausgegangen? Das ist jetzt die Frage. Ich kann es nicht sagen, aber... Nee, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Wo bist du denn? Bist du mal noch drin oder was? Ich bin drin, ja. Ja, okay. Dann such mal da. Schön weiter. Ja, dann bist du doch vielleicht draußen. Nee, bei der grünen Flasche ist er nicht. Ist er bei meinem neuen Zuhause hier? Nee, ich dachte schon, du schildst einfach bei mir auf dem Bett. So. Bist du jetzt hier schon wieder im Wasser? Aber nur im großen Wasser? Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwie Luftblasen sehe. Nee. Hä? Tandy, wo bist du? Willst du dir einen Tipp geben? Ja. Bei der ersten Runde hast du auf jeden Fall diesen Ort, wo ich gerade bin, auch abgecheckt. Bevor du mich gefunden hast. Am Grill. Einer der Orte, die du abgecheckt hast. Oder oben auf dem Baum. Und eine, ja, da oben auf dem Baum bin ich jetzt nicht. Warte, hier vielleicht am Tisch habe ich ganz oft nachgeguckt. Alter, sehe ich jetzt niemanden. Welche Orte hast du alle abgecheckt? Was waren so Key-Orte? Hier an der Truhe habe ich geguckt. Ich muss hier abschließen, damit du checkst es nicht. Hä? Da kam irgendwo ein kleiner Pfeil. Woher kam der? Oh, ich liebe dich. Bis hier mein... Bis hier irgendwo? Warte mal, da ist doch was Grünes. Das sind Luftblasen. Dein Trank verrät dich. Dein Trank? Ich habe ja keinen Trank. Dein Wasser... Ah, ich habe einen Trank. Steins da in der Ecke. Das macht Schaden hier, ne? Ne, das macht keinen Schaden. Aber... Aber ich bin hier lang gegangen und habe aber nichts gesehen. Ich glaube, du hast dich echt gut versteckt. Okay, ich suche. Okay, du suchst. In dieser Ecke des Baumes. So, das heißt, wir machen es nochmal ein bisschen schwerer und es ist dann nur eh auf unserem Grundstück. Gucken, ob er mich finden wird. Hier gehen wir ganz selten hin, Leute. Ah ja. Mal gucken und... Zack. Ne, hier ist... Vielleicht kann man hier auch anders sein. Oh, Flo. Versteck dich los. Ich bin versteckt. Ehrlich? Ja, ich bin versteckt. Alright. Wo bist du? Vielleicht bin ich ja jetzt bei der Kühlbox. Beim... Ne, ich bin nicht bei der Kühlbox. Aber beim Pool bin ich gerade... Ich glaube, du bist reingegangen. Darf ich mir sowas sehr... Ne, ich bin draußen. Ehrlich? Ja. Okay, dann bist du... Vielleicht im Pool, wo du warst? Ne. Bist du sicher? Ne. Ich weiß, warum ich die Kluft habe. Guck nochmal im Pool. Was ist das? Guck nochmal im Pool. Ne, ja. Ich will auf jeden Fall... Ah, da oben bist du. Aber du bist wirklich hier. Das war ja gerade nur so aus Jokie hergekommen. Ja, genau. Ne, ne, wirklich. Hast du mich... Ich war hier... Hast du mich eigentlich direkt gesehen, als ich hier groß war? Ne, ne. Ne, ne. Ich habe runtergeschossen die ganze Zeit. Oh, ja, ich habe gesehen, du hast wirklich gesagt. Da wollte ich mich klein machen, dann hast du das gehört wegen dem Pfeil schaden. Alter, das war gerade wirklich... Ich muss gar nicht wissen, dass du hier bist. Das ist jetzt ein cooler Zufall. Ich wollte dich hier die ganze Zeit abschließen mit einem Pfeil, aber... Ne, ne. Das war eigentlich gut, dass ich mir so einfach random da hochgegangen bin. Aber, okay, Leute. Wir haben ein bisschen Verstecken gespielt. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Schreibt mir das Kommentar. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, sorry. Tschüss. Tschüss.